Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist wieder eine kleine Video Review, die sich auf textglotze.de und natürlich bei meinem YouTube-Kanal Oliver Gassner finden wird. Für Textglotze gibt es hier im Kanal auch eine Playlist. Ich habe ja angefangen, so ein bisschen das zu dokumentieren, was ich so schaue. Und wie die regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Kanals wissen, bin ich gerade bei einem Star Trek Rewatch. Den habe ich nicht ganz in der richtigen Reihenfolge gemacht, aber ich bin jetzt von TOS und nachdem ich bei TOS fertig war, animierte Serie, bin ich jetzt übergegangen zu Enterprise. Und da wollte ich jetzt nicht warten, bis alle drei Staffeln zu Ende sind, sondern habe gedacht, ich mache das mal ein bisschen staffelweise. Und also erste Staffel Star Trek Enterprise, das ist jetzt nicht dasselbe wie Raumschiff Enterprise, sondern das ist die Serie, die etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von Discovery spielt und damit auch irgendwie 110 Jahre oder so etwa oder 107 oder 8 Jahre vor den Ereignissen von TOS, also die Original Series, also das mit Kirk und Spock und so weiter. Die Story ist, dass sozusagen die Sternenflotte ihr erstes Warp 5 Sternenschiff endlich fertig hat. Die Vulkanier saßen da auf der Technik drauf, haben das immer verzögert. Der Vater von Jonathan Archer hat da schon dran gearbeitet und Jonathan Archer ist jetzt der Captain der Enterprise und nicht der Enterprise, doch der Enterprise NX-1, also eben nicht der 1701, glaube ich, also der Enterprise, die wir kennen, sondern eben sozusagen des experimentellen Vormodells, wenn man so will. Und das ist eigentlich ganz spannend. Er hat dann eine vulkanische erste Offizierin, Schrägstrich Wissenschaftsoffizierin, die läuft ihm zuerst zu als Aufpasserin und dann will er sie behalten. Er hat einen außerirdischen Arzt, der ursprünglich dafür da war, einen bestimmten Klingon zu transportieren, der aber dann bei ihm an Bord geblieben ist. Sonst haben wir, glaube ich, keine weiteren Aliens an Bord. Ne, wir haben Mayweather, das ist ein sogenannter Boomer, also jemand, der, also nicht das, was man heute Boomer nennt, sondern das, was man damals Boomer nannte oder was man in der Zukunft Boomer nennen wird, nämlich Leute, die auf Frachtschiffen sehr, sehr langsam sozusagen mit irgendwie zweifacher oder ja, Lichtgeschwindigkeit nur die Weiten des Alls durchqueren und so weiter und so fort. Er hat einen Waffenoffizier und einen Sicherheitsoffizier und er hat Hoshi, eine Übersetzerin. Und das Ganze ist eigentlich ganz spannend gemacht, weil sozusagen die Sternflotte hier erst ihre Werte finden muss. Also es gibt noch nicht die Prime Directive, dass man sich eben nicht in Non-Warp-Kulturen einmischen darf. Er kommt gelegentlich in die Situation, wo er eben in planetare Konflikte eingreifen muss. Es gibt hier im Gegensatz zu den vorhergehenden Serien oder beziehungsweise auch ein bisschen in Anlehnung an die animierte Serie, es gibt so ein bisschen was wie ein Arc. Also das heißt, es gibt so Plotlinien, die sich in Ansätzen durchziehen, nämlich der Konflikt mit den Sulibaren auf der einen Seite, wo immer wieder ähnliche Figuren auftreten, nämlich zum Beispiel Silik. Es gibt Konflikte mit den Andorianern, wo übrigens der Mensch, der vorher auch den, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Figur heißt, aber bei Deep Space Nine hat er diesen Verbindungsoffizier sozusagen zu den Göttern da, zu den, na Gott, ja siehst du, man sollte so was vorbereiten, zu den Formwandlern gespielt und so weiter und so fort. Also der kommt wieder vor und in einer Folge darf sogar René Aubergenois mitspielen und spielt da ganz anders als als sonst. Der spielt eben bei Deep Space Nine den Odo und so weiter und so fort. Also wir haben sehr schöne Konfliktszenen auch, also das zieht sich auch immer durch, so Konflikte mit den Vulkaniern, die dann immer wieder vorbeikommen, um zu kontrollieren, aber der Archer verdient sich sozusagen auch den Respekt der Vulkanier an der einen oder anderen Stelle. Und es ist auch sehr schön zu sehen, wie die Vulkanierin sich da entwickelt, die eben vorher die Menschen alle irgendwie doof findet und sehr emotional findet, aber dann doch so gewisse Kontakte zu ihren eigenen Emotionen findet auf der einen Seite. Wir sehen da auch das erste Mal den vulkanischen Mindmeld und natürlich den vulkanischen Neckpinch, aber der Mindmeld gilt eigentlich so als nicht, wie soll man sagen, als nicht Standardpraxis an der Stelle, aber 100 Jahre später dann offenbar schon. Da ist er wohl in die Mainstream-Kultur eingewandert und das ist aber dort sozusagen ein, wie soll man sagen, eine Praxis von Vulkaniern, die eben versuchen, ihre Gefühle zu erforschen. Macht ja auch irgendwie Sinn, dann erst eine Gedankenverschmelzung zu machen. Es gibt sehr, sehr schöne Szenen, wie Tupol sozusagen, also es heißt ja ursprünglich, Vulkanier würden nicht lügen. Das ist natürlich dann was, wo Spock auch mal an einer Stelle sagt, ja wir lassen, dass die Leute glauben, dass wir nicht lügen können, aber in Wirklichkeit können wir das schon und es gibt ein paar Stellen, wo Tupol natürlich dieses Vorurteil ausnutzt und schon so ein bisschen schummelt und ein bisschen die Beispiel soll sie das schief verlassen, dann simuliert man, beziehungsweise sie hat dann aber auch einen Unfall, beziehungsweise schmeißt sich in einen Phaserstrom und wird verletzt und dann sagt der Arzt eben, sie muss jetzt noch ruhen und dann sagt sie, ja, aber ich muss doch auf zu den Vulkaniern und dann sagt der Arzt, ja, willst du da nicht hingehen? Und dann sagt sie, naja, aber der Arzt hat mir Bettruhe verordnet, ich kann ja nicht und so auf die Art. Also sie macht da sehr, sehr subtile, sehr, sehr subtile Witze. Eine andere spannende Figur ist natürlich grundsätzlich Archer, der jetzt nicht wie Kirk immer die sogenannte Kirk-Speech hält und da die Werte der Föderationen hochhält, sondern an einer Stelle bekommt er mal den Tipp vom, ich glaube, vom Schiffarzt, denke wie ein Klingone, ja, du musst wie ein Klingone denken, um die Klingonen zu überlisten oder irgendwie die, ich glaube, das ist vom Schiffarzt, von wem auch immer kriegt er diesen Tipp und dann, das ist dann aber auch was, was er immer wieder anwendet. Das heißt, man könnte sagen, er assimiliert sich in die Kulturen, mit denen sie da zu tun haben und macht sich deren Denken zu eigen, benutzt das Denken dieser Kultur, um das Ziel zu erreichen, was er erreichen will. Man könnte das jetzt, man könnte das jetzt koloniale Aneignung oder sowas nennen, aber ich glaube, das passt nicht ganz, sondern es geht halt wirklich darum, dass er versucht zu verstehen, wie die anderen denken und dann auf die Art entsprechend zu agieren, sodass das rauskommt, was für alle am besten ist. Hoshi ist auch eine sehr interessante Figur, das ist sozusagen ein Sprachtalent, die eben Alien-Sprachen lehrt an einer Universität in Brasilien ursprünglich und der Archer hat sie sozusagen requiriert für diese Mission oder hat sie da sozusagen eingesetzt beziehungsweise sehr angefordert und am Anfang ist ihr sehr, sehr unwohl. Sie hat große Angst davor, irgendwie im Weltraum zu sein und mit diesen Aliens zusammen zu sein und so weiter und so fort und sie macht sich dann auch aber sehr stark und wird eine richtig mutige Frau bis zu einer Folge, wo sie endlich mal auf Reise landen und alle irgendwie, der Archer will sich entspannen und der Waffenoffizier und der Sicherheitsoffizier, die wollen halt Spaß mit weiblichen Wesen haben dort und sie will eigentlich nur die risanische Sprache lernen, aber sie ist dann die, die dann da eine Liebesaffäre hat und alle anderen, bei denen geht es irgendwie schief und sie kommen in Konflikt mit irgendwelchen Menschen, die sie da über den Tisch ziehen, wenn man so will. Und das ist also eine sehr schöne Figur, die dann auch an einer Stelle von Tepol angeboten kriegt, dass sie ihr zeigt, wie man mit Meditation Angst besiegen kann und das ist ein bisschen schade, dass das dann nicht weitergezogen wird, also dass da der Arg erstmal zumindest nicht weiter, dass das eben nicht integriert wird in zukünftigen Bücher und es gibt auch ein paar andere sehr intensive Szenen, also zum Beispiel eben zwischen dem Waffenoffizier und dem Sicherheitsoffizier, die also beide denken, dass sie jetzt erfrieren und ersticken und sich da sehr nahe kommen oder auch zwischen dem, jetzt muss ich mal überlegen, zwischen dem Chefsingenieur, also gleich Waffenoffizieren, Chefingenieur und, nee, nicht Waffenoffizier, nee, Waffen- und Sicherheitsoffizier und Chefingenieur, so. Und der Chefingenieur, der hat auch mal so Szenen, wo er sozusagen etwas privater mit Tepol zu tun hat, also nicht in romantischer Art und Weise, aber in privater Art und Weise und das wird auch nicht weitergezogen oder es gibt, ja, es gibt einfach bestimmte Szenen, wo sich das Verhältnis von zwei Figuren sehr stark verändert, aber das führt dann nicht wirklich dazu, dass sich diese Figur dann in der Folge verändert, also es sind so angedeutete Charakterentwicklungen, sogenannte Arcs, aber es ist, es ist nicht wirklich in den Büchern so ganz stark realisiert, aber grundsätzlich finde ich das eine sehr schön zu sehende Serie, vor allem natürlich auch wegen dem, dem Alien-Arzt Billings, also Billingsley heißt er mit Nachnamen, ich glaube Robert, aber ich kann mich täuschen und also der, der Dr. Phlox, da kriegen wir dann ja auch später noch mit, dass es in deren, dass es in deren Kultur ziemlich andere Maßstäbe gibt und dass die Wilder Schlaf halten und solche witzigen Dinge, das kommt auch schon in der ersten Staffel vor, das Ganze, die ganze Reihe um den sogenannten temporären, temporalen Kalten Krieg wird da aufgebaut und also es gibt, es gibt so ein paar Plotlinien, die eben durchgezogen werden und ich finde das insgesamt eine sehr schön zu schauende Serie, sie hat einiges von dem Humor der alten Serien, sie ist nicht ganz so staatstragend wie momentan Discovery, sie ist eben wirklich so die, das Protokoll eines, einer Zivilisation, die sich, die gerade eben ihre ersten Schritte im Weltraum macht, also es ist immer ganz witzig, wenn die dann sagen, ja wir kommen von der Erde und alle immer sagen, noch nie gehört, ja und das ist halt total witzig, weil später ist das natürlich dann anders und also man kann sozusagen der Föderation und ihren Werten beziehungsweise eben der Sternflotte und ihren Werten kann man sozusagen beim Geborenwerden zuschauen und das finde ich eigentlich ganz schön gemacht, also mir hat die erste Staffel sehr, sehr gut gefallen, es ist sehr schade, dass es von dem ganzen Ding nur drei Staffeln gibt, aber ich denke, ich werde mich nach der zweiten und nach der dritten Staffel auch nochmal melden und so ein bisschen Feedback geben. Ich freue mich natürlich auf Kommentare, wie ihr Star Trek Enterprise findet und ja, ihr könnt ja mal Bescheid sagen, was ich gucken sollte, wenn ich mit dem ganzen Rewatch vorbei bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube die meisten Filme finden sich leider nicht in den Streaming-Diensten, die ich abonniert habe und ich habe eigentlich keine Lust, da Cash zu bezahlen, also ich werde vielleicht immer mal wieder einen Film aufnehmen und dann schauen, beziehungsweise die Filme mal alle aufnehmen und in der entsprechenden Reihenfolge schauen und die vielleicht auch mal noch kommentieren, das würde natürlich dann parallel laufen zu diesem Rewatch, aber im Prinzip, sobald ich Enterprise durch habe, wenn ich das richtig sehe, habe ich dann eigentlich alles gesehen. Momentan bin ich ja auch an einem Rewatch von der ersten Staffel, beziehungsweise der ist jetzt beendet, der Rewatch der ersten Staffel Discovery, das heißt, es kommt der Rewatch der zweiten Staffel parallel zum Schauen der dritten Staffel und da ich die zweite Staffel jetzt mit meiner Frau gucke, werden wir natürlich auch ein paar TOS-Folgen nochmal schauen, damit wir ungefähr wissen, worauf sich Dinge beziehen. Ja, ich denke, so im Wesentlichen ist es das. Ich freue mich über Feedback, entweder bei textglotze.de, als Podcast werde ich das hier einstellen bei ogok.de, als YouTube-Video gibt es das hier bei Oliver Gassner beim YouTube-Kanal und ja, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein, bye bye.